Wieso läufst du mir denn weg, Kindchen? Ich hab den gesehen, wollte nur noch weg. Wir fahren nach Hause, hm? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo das ist. Zu Hause. Ich auch nicht. Wir hätten es ja einfach schon längst sagen müssen. Was hättet ihr mir sagen müssen? Du warst für mich immer wie ein eigenes Kind. Ich hab mich in euch beide verliebt als Doppelpack. Katharina! Ich hab mich die ganze Zeit belogen. Mich und meinen richtigen Vater auch! Ich bin dein richtiger Vater! Der Alexei, der war Mechaniker hier in der russischen Kaserne. Aber als die russischen Soldaten dann endgültig weg waren, da war auch Alexei weg. Aber du warst da. Wieso haben sie eigentlich nicht erzählt, dass sie hier in Polen geboren sind? Weil es da nichts zu erzählen gibt. Sein Schiff ist gestern Nacht schon ausgelaufen. Ach, danzig. Wo ist das denn? Das ist auch Polen. Na, worauf warten Sie noch? Los, kommen Sie! Nach Danzig. Nur über meine Leiche. Was ist denn das für ein Schlüssel, den Sie da haben? Leg das sofort zurück! Leg das zurück! Achtung! Komm doch rein! Weißt du, wie wir am schnellsten in den Containerhafen kommen könnten? Nicht leicht wegen Zollgrenze. Ist das geil hier! Und, wo liegt dein Herz? Auf deutscher oder russischer Seite? Hoffentlich ist ein Schiff noch da. Für das Kind wäre es besser, zu fahren. Ich würde es nicht mit dir aushalten als Tochter. Aber so ein Russel? Aber so ein Russel?